Moin! Willkommen in Leipzig am S-Bahnhof Angerkrottendorf. Bahnhof ist im Moment übertrieben, hier liegt nur ein Gleis. Betriebstechnisch handelt es sich also eher um einen Haltepunkt. Die Anlagen des Bahnhofs werden zurzeit in den Jahren 2021 und 2022 modernisiert. Darum wurde ein provisorischer Außenbahnsteig angelegt. Er liegt direkt neben der Straße am Güterring. Diese Bilder wurden im August 2021 aufgenommen. Hier sehen wir die Baustelle. Dort entsteht ein neuer Bahnsteig. Wenn er fertig ist, soll die Strecke auch wieder zweigleisig befahren werden können. In der Anzeige lief damals ein Hinweis, dass CDB-Verkehr in den kommenden Tagen aufgrund eines Lokführerstreiks beeinträchtigt sein würde. Zum Behelfsbahnsteig kommt man über eine einfache Treppe. Sie wurde als Metallkonstruktion gebaut. Das ist ein Zeichen des Kultus. Das ist ein Zeichen des Kultus. Das ist ein Zeichen des Kultus. Im August 2021 konnte man die Züge über die Zweinaundorfer Straße hinweg beobachten. Dieser Blick wird bald Geschichte sein, denn zur Zweinaundorfer Straße hin wird eine Lärmschutzwand gebaut. Die nächsten Aufnahmen entstanden eine Woche später, im September 2021. Zwischen den S-Bahnen fahren auch Güterzüge auf dieser Strecke. Ein großer Euro-Dual der MEG. Acht Kesselwagen dürften eine einfache Aufgabe gewesen sein. ZK liberals inzugehen in der USA Nach den S-Bahnen kommt der nächste Güterzug. Im März 2022 sieht man, dass die Bauarbeiten für die Lärmschutzwand zur Zweinaundorfer Straße hin begonnen haben. Wieder kommt ein Güterzug – mit einer Diesellok-Baureihe 253 der Press. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Die Brücke oder das Grundstück hier hat anscheinend die Hausnummer am Güterring 1. Jetzt fragt Ihr Euch sicher, was soll mir dieses Blesshuhn sagen? Es kam mir ziemlich nahe im Volkshain Stünz, am Stünzer Teich, und dort liegt die Weiche, von der aus die Strecke eingleisig durch Angerkrottendorf führt. Hier fährt eine S-Bahn von Wurzen aus nach Angerkrottendorf und weiter in Richtung Leipzig Hauptbahnhof. Kurze Zeit später folgt ein Güterzug in der gleichen Richtung. Er muss vor der Weiche warten. Nachdem diese S-Bahn in Richtung Wurzen die eingleisige Strecke verlassen hat, kann der Güterzug nach Angerkrottendorf weiterfahren. Obergebäumu Heimlosen eine S-Bahn in Richtung Neue In Richtung Wurzen Untertitelung des ZDF, 2020 Und damit sage ich für heute Tschüß und bis zum nächsten Mal!